Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bekomme in letzter Zeit recht viele Fragen, ob dieses Bosch Kochfeld wirklich so kratzempfindlich ist. Ganz ehrlich, meine persönliche Meinung, nein. Ihr seht, das Kochfeld hier ist jetzt mehr als vier Jahre alt und das ist, wie es aussieht bei mir. Ich mache jetzt gleich auch mal oben das Licht an. Ja, es hat so ein paar microfeine Kratzer, aber es hat jetzt nichts, wo ich sage, ihr seht es selbst, das wäre kratzempfindlich. Also, machen wir mal das Licht an, mal gucken, ob es dann besser zu sehen ist. Also, jetzt muss ich aber echt schon mit der Kamera zwiebeln hier, damit ich euch eventuell irgendwas zeigen kann. Ihr seht, hier, sowas, das sind so microkratzer, aber die hast du überall. Ihr seht ja, wenn ihr so drauf guckt, dann seht ihr diese Kratzer nicht. Da müsst ihr wirklich schon gegen das Licht gucken und wirklich genau suchen. Und also, meine persönliche Meinung ist, dass es sehr unempfindlich ist. Ich bin jetzt aber auch keiner, der auf dem Ceranfeld die Töpfe hin und her schiebt, also die Pfanne so schirbelt oder so. Bei manchen mag es an der Pfanne liegen, dass der Boden nicht plan ist oder dass es, ich sage mal, günstigere Töpfe sind, die dann halt nicht so gut verarbeitet sind. Aber ganz ehrlich, das ist ein Kochfeld, da stehen Töpfe drauf, da wird drauf gearbeitet und ich habe keine Tiefenkratzer. Ich mache das nochmal aus, damit die Spiegelungen hier nicht drin sind. Und ihr seht selbst, es sieht nach vier Jahren so aus. Feine Mikrokratzer, ja, habe ich aber bis jetzt in jedem guten Kochfeld gehabt, nach einiger Zeit. Das Kochfeld ist bei mir mindestens einmal am Tag im Betrieb und mindestens drei Töpfe stehen drauf und es sieht nach wie vor, wie ich finde, top aus. Also, ja, bildet euch selbst die Meinung dazu. Ihr habt gesehen, die Mikrokratzer, die ich meinte und ihr seht, wenn das Licht jetzt überhaupt nicht drauf fällt, dann ist es echt schon schwer, hier irgendwie irgendwas zu finden, was jetzt großartig verkratzt wäre. So, hoffe ich konnte euch ein bisschen helfen bei der Entscheidungsfindung. Nach wie vor bin ich von dem Kochfeld begeistert. Ja, gebt mir den Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.